Viele Eltern machen sich Gedanken über das richtige Wickeln. Ich selber habe eine sechs Monate alte Tochter und will natürlich auch alles richtig machen. Stellvertretend für alle Eltern freue ich mich nun, unserer Expertin Fragen stellen zu dürfen und meine erste wäre gleich, was benötige ich überhaupt für das Wickeln? Hilfreich wäre ein Wickeltisch mit einer Wickelauflage, Windeln natürlich, ein Schüsselchen mit Wasser, Wattepads und gegebenenfalls noch eine Wundschutzcreme und ein Pflegeöl. Worauf muss ich beim Wickeln ganz besonders achten? Also Sie sollten den Po natürlich gründlich, aber vorsichtig reinigen, danach den Windelbereich trockentupfen, weil sonst könnte eine feuchte Kammer entstehen und der Po wird wund. Dann sollten Sie die Windel gut verschließen, am besten sollten ein bis zwei Finger noch zwischen Bäuchlein und Windel passen. An den Beinchen finden Sie zweierlei Rüschen, dann gehen Sie am besten mit dem Zeigefinger zwischen Beinchen und Windel und streifen einmal so herum, dann sind die Wüscheln gelöst und es kann nichts mehr auslaufen. Was sollte man bei der Windelwahl beachten? Also wichtig ist natürlich, dass die Windel weich ist, gut verträglich, dann sie sollte einen Passformverschluss haben, dann passt sie nämlich perfekt am Bauch und Beinchen. Saugfähig ist natürlich wichtig und die richtige Größe bekommen Sie entweder durch das Gewicht, bei der Hipwindel ist jetzt sehr praktisch, es ist auch die Kleidergröße mit angegeben und falls Sie sich aber nicht sicher sind, dann kaufen Sie eine kleinere Packung und probieren es aus. Vielen Dank, ich habe viel gelernt, ich hoffe Sie auch und bis zum nächsten Mal. Es geht lashin. 连 Peace Im 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 im